So meine Freunde, heute ist ein bisschen Stream-Abend. Es war Abend, was für Abend. Ich versuche, einen Kollegen jetzt abzuranken von Bronze 1 bis Kupfer 5. Ja, wenn... sehr gute Verbindung. Super. Ich warte auf meinen Kollegen, ich habe 9 Minuten für Strafe. Super. Ich bin jetzt zu Zeit Bronze 2. Ich versuche mich und meinen Kollegen, dem Kupfer 5 zu bringen. Warum? Weil wir langweilig haben. Aber wir versuchen, unser Bestes zu geben. Vielen Dank. so sieben minuten noch bisher bis mein kollege kommt dauert sowieso sieben minuten 10 minuten so circa wir werden ein bisschen warten ich will gerade was ich kaufen könnte jack el wird sehr oft gebannt also macht es keinen sinn zu kaufen ich war auf 4,5 dann hole ich mir leid oder ich will mir direkt jetzt schon ging weil ging es super ich weiß nicht bin ich sicher wie mir wirklich nicht sicher ist ein super operator muss schon zugeben aber ich würde ihn eigentlich spielen kommt ein jahr hat mir jetzt gegönnt okay sagen wir mal jetzt jetzt letztens liegen geholt also die reihe haben wir komplett full ich will mir auf jeden fall bis 15 k sparen beziehungsweise sogar 20 k und wurde mir auf jeden fall grüß oder nomads als als ja nee warte mal als angreif habe ich mir jetzt hingeholt ich will ich will mir nächstes mal jetzt mal ist so danach hole ich mir die nomad allerdings wird aber ein bisschen lustig wird wirklich lustig haben wir gespannt wie man noch fünf minuten start mal kurz eine runde bis der kommt da war es ja aufgaben haben wir gemacht gratis in die lull muss ich nicht wo sich überhaupt gar nicht mehr und diese mandarinen so sauer gerade meine zunge brennt gleich michael jordan ich habe jetzt geholt auf jeden fall werde ich ihn auch jetzt schon testen obwohl ich weiß wie der wie der tickt natürlich sechs viziere nein ich wollte klemmorgen egal geht auch noch klar ich habe jetzt nicht mehr das problem jetzt ist wenn man schrieb und gleichzeitig noch zockt ist das so auf pc ich muss ab und zu gucken mein bruder nein oh gott scheißen dreck fünf sekunden so ich jetzt kurz mal narina gelangt zu der bombe und entschärft sie haltet nach anderen ausschau wie ist der kerl überhaupt gestorben ist ja die frage ein problem jetzt ich könnte jetzt sprengladung holen aber leider die bombe wurde lokalisiert nicht länger in deinem besitz entschärfer ist gesichert ne 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 unmöglich da komme ich nicht rein da komme ich nicht rein ich jetzt mal kurz mal narina spiel ja ich kann aber warte mal ah verpiss ich nach Hause alter das war zum glück das war zum glück ein locker runde alter mein vater ist so wie soll ich denn zocken mann der ist auch am pc dann sagst du den ehem vater rutsch dich jetzt weg ja komm ich habe keine punkte verloren obwohl ich verlassen aber mach keinen sinn bock aber jetzt spiel mir konzentriert bitte ich habe hier frühstückt alle wollen diese mandarins sauer so so sauer manch das kannst du dir frühstücken jetzt schon so ca 11 uhr das ist doch kein frühstück mehr das abend ist meister meine mutter schreit wieder dann lass es einen auch ohne Racket spielen dann was kurz essen und noch mal weiter spielen ach so sauer nachdem wir den zweiten ohne gespielt haben jawoll endlich ohne gefunden ich muss vielleicht weinen schüss Ach, die zeigen jetzt schon die neue Ah, warte mal, die zeigen die neue Dings Wie heißt das? Sag du schnell Glaubt, Tashanka hat diese neue Waffe Kommt mir gerade vor, oder? Doch Ja, oh, ich nehme den sowas von Ey, lass mich nicht erspielen, lass mich nicht erspielen Ja, ja Please ban Capcom Nein, Tashanka Ich sag noch Capcom Please ban Tashanka, please No, 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 no Tashanka, man Ja, der hat Das Ding, glaube ich Hat gesagt schon längst Kommt, komm, wenn ihr ehrenmänner seid Kommt, bitte, 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 bitte Kommt, komm, komm, bitte Ah, ist so ein bisschen, ich sag mal so Puhala Nicht so schön, weißt du Ach, wir sind Angreifer noch sogar Ehh Diese Map ist so scheiße, ne? Ja, ist auch scheiße. Was denkst du denn? Warum spiele ich hier? Statsch up, please. Ich spiele schon, keine Sorge. Und Kapitao. Kapitao? Ich schrei nicht rein, Mann. Wir brauchen einen, der Dings macht, weißt du? Wer ist noch mal? Wie heißt der noch mal? Brauchgranate. Wieso? Mein Internet ballert's wieder. Kennst du so welche Leute, die einfach deine Nachricht lesen, aber nichts sagen danach? Bei Gott, da rast dich aus. Da rast dich aber aus. Ich schwöre, da habe ich so Bock so reinzuhauen, heißt das, was ich meine? Ja, ja. Ich bin nicht der Letzte diesmal. Mein Ehre, perfekt. Sogar meine Internetverbindung ist besser. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. So, es ist arschkalt gerade, aber egal. Ich gebe jetzt kurz ein... Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Fünf Sekunden bis Einsatz. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Ihr konntet nicht mal eine Bombe finden, ey. Bombe gefunden. Ja! Die 50 Punkte gönne ich euch nicht. Wartet, ich bin Active Bandit. Dann nur mal zur Info. Da kriege ich so einen Halt jetzt. Da kriege ich so einen Halt jetzt. Warte, ich komme mal. Mach, 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 mach einfach, mach. Best Player, Alter, ich schwöre es dir. Die Bombe wurde lokalisiert, Alter. Der... Wer hat... Komm mal rein hier, Alter. Ah, so. Ey, der ist links in der Ecke. Der ist aber links in der Ecke. Ja, töte deinen teammate auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall Ehrenmann. Der Ding ist worden. An der Mercury. Egal, scheiß drauf. Wir wollten ja verlieren. Rechts, rechts. Ja. Noob, man, noob. I kill you, motherfucker. Bruder, sei kein Engländer. Boah, Alter, ich hasse Menschen, die nicht spielen können, Mann. Ah ja, sag der Richtige. Der töte seinen teammate einfach. Ja, weil ich einfach geschossen habe. Und denke ich einfach vor mir. Weil ich nur geschossen habe. Irgendwann. Ei, ei, ei. Da war einfach Dings. Bei der Tür, ich schieße auf dem, was passe. Ich töte einfach mein teammate, weil er vor mir geht. Okay. Okay, weiter. Bruder, ihr geht raus, rein, raus. Der kriege ich so einen Hals, ne? Guck mal, da war eins, jetzt zwei, zwei, eins, eins. Hä? Hä? Der ist auch nur Türke, ne? Hans von Portugal. Wenn er jetzt ein Portugieser ist, dann lache ich mich selber aus, ey. Okay. Äääh, lalalalalalalalalala. Ja, der Typ soll länger als du lass ihn rausschmeißen. Na, das geht ja nicht. Man kann ihn ja nicht mehr rausschmeißen. Ich bin jetzt nicht der Einzige, der so einen Kack in der... Jawoll! Jawoll! Egal, Scheid drauf. Wir sind unten. Okay. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Du bist ja hazy, weißt du? Sagt dir sofort Bescheid. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Na! Ja! 50 Punkte! Beste Spawn, äh, Dings, beste Dings. Guck mal. Yalla! Boah, ich muss richtig schülpsen gerade. Boah, sorry. 5 Sekunden bis Einsatz. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Die werden Spawn piken, glaub ich. Er kann mit... Ach ja. Was? Ach ja. Ne, ich wollte mich fragen, warum ich nicht sehe. Vier Leute... Warum die nur vier Leute empfinden. Aber ich hab ja mein eigenes Team jetzt geführt. Da waren drei Stück, du Kerner. Warte, ich Drohne, ich Drohne, warte. Gelex, Gelex. Ich Drohne. Das war tief. Da ist n... da... da... hier ist Vigil. Hier ist irgendwo Vigil. Aber ich weiß nicht genau wo. Ich weiß auch nicht, deswegen warte ich jetzt hier. Bruder, das bin ich! Der tötet meine Drohne! Der Schafer muss zurückgeholt werden. Hab ich, hab ich, hab ich. Der Schafer wurde zurückgeholt. Gut, gut. Gleich geht's Licht aus. Sprink,assa! Ich glaub halt nicht ab. Ich glaub halt nicht ab, ich glaub ich hab. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ohne. Ey, bitte, sen ein bisschen komischchen. Ey, das nicht gut, ja. Hey, das nicht übernübe. Ich bin wie am Mann, und ich bin wie am Pussy Magazin wechseln! Ein Gegner verbleibt Hello! Du hast mich überholt, Alter! Wie können die das denn? Ey, genau in seine Fresse, Alter! Ja, die spielen schlecht, Alter! Bist du dir ganz sicher? Na klar, Jungs, die spielen sowas von schlecht! Ah, du meinst meine Teammates, ja, ich weiß! Nicht nur eine Teammates, nur noch die Gegner sind scheiße! Joa, Thatcher, war in Ordnung! Ich hab noch eine andere Talon, wie sie davon aus! Ich nehm diesmal 5, Alter! Einfach LMG, einfach komm, wir machen jetzt LMG! Oh, LMG ist am Stab! Let's go! Oha! Oh, LMG macht das kein Spitziger, ihr seid keine würdigen Gegner oder Spieler! Wir müssen eine Bombe aufschwören! Wir müssen eine Bombe aufschwören! Hallo! Du bist in Ordnung, komm her! Na, oder? Ich dachte, du bist weg, oder so? Ich bin weg und ranket, was bist du, wenn ich soll? Ich höre, beste Drohenspot! Ich höre, beste Drohenspot! Bei Gott, beste Drohenspot! Niemand wird dich so finden! Guck mal, mein Cam, bitte! Jalla! Noch 10 Sekunden! Mein Cam ist very good, man! Ein Satz in 5 Sekunden! Ich weiß! Das ist geil! Was für geil hier! Warte, ich komme! Ich bin anders gespawnt! Ich bin anders gespawnt! Ja, Cam! Zerstören! Gehört euren... Wurde ist bestimmt wieder oben, ne? Nur mal zur Info! Ja, ja! Passt lieber auf! Ich dachte mir so, wo der ist, alter! Da sind wir das von oben, gehen wir beide! Hm, okay! Warte, ich sag, wo die sind's! Ja, hier ist Wugel! Hier ist Wugel! Auf jeden Fall! Ja, hier ist Wugel irgendwo! Ja! Oh fuck! Ah! Ey, ich bin so scheiße! Boah! Ey, Junge! Ey, Junge! Was macht der Junge schon, alter? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alles live aufgenommen! Wooo! Was aufgenommen? Nein, ich mach grad live! Alles live! Alles live! Alles live! Auf YouTube! Ja, wo bist du denn live, Junge? Auf YouTube! Server room, please! Ey, wir sind so scheiße, ne? Ganz ehrlich! Aber das ist auch gut so! Wir sind Kupferspieler! Weißt du? Ruhig, Junge! Was für Kupferspiele! Nein, nein, Spaß! Ähm! Haben wir jetzt Saschan... Nein, haben die immer noch nicht rausgebracht! Hä? Auf YouTube zeigt einer, dass er da spielen konnte! Alles live! Fuck, wir nehmen mit! Ich nehm... Fuck! Ah! Ich wollte Mute spiel... Äh, Dings mit Pumpkin spielen! Aber ging leider nicht! Ich wollte Mute spiel... Was? Du hast einfach Mute genommen, alter! Pfff! Natürlich! Was sonst? Alibi! Ich werd' mir nächsten erfolgreicher Dings holen! Äh, Maestro! Natürlich! Ach so! Alibi! Ich werd' mir nächsten erfolgreicher Dings holen! Ich... Ich streame... Äh, anders irgendwie... Zurzeit! Alter, meine ganz klasse, Alter! Ich bin Rainbow! Weißt du? Oh, du kannst sogar mit Dings streamen, ja? Alter, meine ganz klasse, Alter! Ich bin Rainbow! Den Bereich sichern! Die Bomben weiter schützen! Setz die Stöße da ein! Ey, Tachanka... Ich vermisse Tachanka! Ey, hast du Schild? Mh... Nein, nein! Fuck! Das Gerät ist am Platz! Ha! Gunder Punkte auf meinem Neck! Ist jetzt unmöglich, irgendwie eine Drohne hierhin zu kommen! Unmöglich! Äh! Nerd! Ja, ja, glaubst du, Junge! Guck! 150 Punkte! Ha! Ja! Scheiße, doppelt Merger! Bruder! Ich spiele trotzdem nicht, dass du nicht vor mir bist! Warum... Warum spielt der... Warum spielt der einfach kein Active Bandit? Weil ja... Ich heiße auch Active Bandit und ich verset ihn so! Alter, ich muss wirpsen! Eingang präpariert! Nicht in den Explosionsradios kommen! Achtung! Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert! Eingang präpariert! Nicht in den Explosionsradios kommen! Fuck! Fuck! Der ist links, El! Wrong! Wenn du einfach Erdmann bist, dann blörst du dich doch! Oh! Hä? Wo kommt der? Nock ist schon drinnen! Der hat... Der hat ein Loch gemacht! Nock, win room! What the hell? Die spielt einfach Nock! Ihren Männer! Ihr wisst, was zu tun ist! Oh! Shit, geiler! Da guck! Hinter dir! Bruder, geh nach Hause, Alter! Was bist du für ein Spieler? Äh, ein Comb-Aim, Alter! Bruder, ich bin total scheiß gerade, ne? Richtig! Nein, nein, nein! Weck! Weck! Woher weißt du, dass der kein Deutsch kann? Äh, dass der Deutsch kann? Bro, play safe, man! Oh! Boah, ich bring den gleich um, Alter! Ja, ja, ja! Go, go, go! Go, push! Bruder, die Camps ballern auf jeden Fall! Oh mein Gott, Alter! Wie schlecht, Alter! Wenn er sich... Guck, 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 guck! Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt! Ja, Digga! Wir haben verloren, Mann! Nein, nein! Warte mal, vielleicht kriegt der das noch hin! Kriegt der nicht! Nein! Geil! Neub! Wie du das sagst, Neub! Ja, ja! Ich sag's, Neub! Junge, Mann! Ich hab keinen Bock mehr auf diese Spielen, Mann! Mit so hästigen Spielern! Der hat einfach 7-1, Alter! Ich gönne ihn überhaupt gar nicht! Hoffentlich kommt sein Vater an und brest seine Hände! Ich stöte dich, dass du mit zwei Kälte aber Zweiter bist! Mh! Seid's ruhig! So viel Mut, Alter! Du hast aber dafür vier Tode, weißt du? Wir gehen wieder in Server Room, wie idioten K- Maxxett. Maj salud�, please! Kex, kex, kex! Dann nicht! Spoiler Room, ist geil! Ja, deswegen! Boah! Jetzt hab ich Bock auf den Typen, Alter! Soovie sind Mystja oder ik spiel im Dark? JB Kotstiger. Aber du spillst eher Mood besser, glaub ich! Na ja! Ich weiß gar nicht mit mir gehen, Alter! Aber ich und mir aus zum Essen, bis es ist laden! Money, money, money! Ja, ich hab auch Hunger, ja! Meine Mutter hat Dings gemacht. Wie heißt das? Keine Erdung oder wie das heißt. Richtig lecker. Hast du das schon gegessen? Nein, nein. Das ist schon geil. Dann lass nach dieser Runde kurz vor fünf Minuten mal essen gehen. Ich bin... Ich gehe gleich sowieso. Also... Falls wir das verlieren... Ich! Falls wir... Ich glaube, wir nur eine Runde spülen werden heute. Mh. Falls wir das verlieren... Nö. Ja. Natürlich geben wir Essen. BALLER! Mh. Das Gerät ist aktiviert. Sie haben eine Bombe entfernt. Es bleiben noch zehn Sekunden. Fünf Sekunden. Störsende wird aktiviert. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Es ist etwas zu ruhig. Ich werfe den Köder. 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 Sie muss deaktiviert werden. Nein, das ist knapp! Bitte, bitte, bitte! Bitte! Schaffen wir es mit! Komm! Komm! Bruder, ey, ich schwöre es, das war knapp! Ich hab nur gesagt, ich werde schwitzen einfach, ja, ja, guck! Boah, eier! Ich stehe wieder 5.05! Boah, das war, das war arschknapp, Alter, das war, das war haarscharf, Bruder! Du hast nicht gesehen, was Bennett gemacht hat, der sieht einfach, wie Sledge vor ihm geht und macht einfach gar nichts. Ich bin Smoker, lange nicht besser. Boah, das war, das war, ey, das war knapp, Alter, das war... Okay, halt mal... Das war, ey, Digga, ich... Boah, ich... Das war so schlecht! Ja, okay! Ich hab gerade im Klatsch, guck mal, sei mal leise jetzt, Alter! Neue Kameraübertragung läuft! Achtung! Ein Bombenstandort ist... Ich kann das Problem bei mir jetzt, ich kann einfach Angriff so richtig... Aber wenn es... ...battern... Ja? Ich zähle ein Problem weiter? Ah, ja, okay! Mhm, mhm, ja, okay! Ja, Herr Therapeut! Therapeut! Herr Therapeut! Ja, jeder Therapeut heißt es ja natürlich Herr Therapeut, ne? Therapeut, hallo? Okay! Noch fünf Sekunden! Bombe vom Gegner entdeckt! Macht der Typ, ja! Die Kerle ist im Einsatz! Ey, hier sind welche, ne? Die Süßen sind platziert! Sprengenladung! Zugangssache angebracht! Soll sie überkommen! Ich kriege sie in das Wackel! Ja genau, Jungs, verpiss dich! Ey, nicht beleidigen, Kollege! Sei fair, Bruder! Sei fair! Ah! Wir platzen! Was machst du auf oben, Junge? Ah, Junge! Die fackt mich langsam ab, weil die können nicht spielen, komm! Hä, warum gehst du... Warum bist du einfach nicht... Ach, gerne! Oh mein Gott! Der ist der, der ist der! Oh mein Gott! Der ist der, der ist der! Guck mal! Der ist der, der ist was gut essen gehen! Ja, ich zock weiter! Ich hab keine Hunger! Junge! Okay! Egal! Bronzer... Drei! Ich werde da versuchen, Bronzer fünf zu werden! Oh, okay! Versuche ich! Ich gehe jetzt essen! Gehe rein! Und verliere einfach! Mach nix! Okay! Okay! Ich werde nichts machen! Ja! Halt! Jawolala! Bald Bones, Bronzer 3! Ja, ich hab verlassen, keine Sorge! Meine Mutter lässt wieder die Tür offen! Super! Okay! Next round! Jetzt sind wir alleine! Okay! Okay! Wir sind gerade alleine, das finde ich! Jupa! Na ja, pfff! Ja keine Chancen mehr, wenn ich pro Runde 65 Punkte bekommen weiße! Ah, ja, 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 da hab ich aber schon! Scheiße. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Oh, nee, nicht schon wieder dieser Gegner. Ach komm, Alter, gar kein Bock mehr. Da sagt der Junge, ähm, der liked ist eine Nachricht, weil er circa 1,93 Meter ist. Dann fragt, wie wiegst du? Dann sagt die Mädchen, BTF, was geht dich das an? Dann sagt der Junge einfach, ich mag Mädels, die nicht so übergewicht sind. Alter. Bruder, der war gut, ne? Der war echt gut. Hallo, guys. Hallo. Hallo. Bruder, schreit doch nicht einmal. Kannst einmal nicht schreien. Küste, bitte, küste, bitte, küste, bitte, küste, 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 küste. Ah, wir haben auch Türken. Krass. Griechla, please. Ich krieg, gleich krieg ich die Krise, ne, hier. Bei Gott. Ich kriege, gleich kriege, die hochgericial voiture. Herr, wir sind alles gut, aber ich fahra. Danke, eine Idee. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Normale Beziehung ist immer das Beste. Ist ja klar. Schön. Warum denn nicht, weißt du? Aber man darf auch nicht übertreiben, natürlich. We first, we first. Aiming sitzt auf jeden Fall. Ein Schuss. Ein Schuss, Bruder. 10 Sekunden. Ich guck mal, wiederholen, warte mal, warte mal, guck mal. Wiederholung, weiter. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Keinen Schritt weiter, Mann. Elektro-Einsatzfeld bereit. Ziel im Licht. Kann er sein. Kann er sein. Kannst du mir das Wort? Feind lokalisiert. An mir kommt niemand vorbei. Setz den Elektro-Einsatzfeld ein. An mir kommt auf den Weg. Clear. Clear. Ich bin ein neues Magazin Lade neues Magazin Thank you Bakery Idiot Stuck Sorry Idiot Wenn wir wegen dem verlieren Ich werde ihn töten Ich werde ihn um Ich werde ihn jetzt töten Wenn wir wegen dem verlieren Tom Piano Ist hier ein Ring Die Zeit läuft in 10 Sekunden Ich lade ein neues Magazin Ich lade ein neues Magazin 5 Sekunden übrig Hä? Na? So ein Hals gleich alter Wie bitte? Hast du verloren? Nein, gewonnen alter Du sollst aber nicht, du sollst verlieren Ja, was soll ich machen Soll ich ständig meine Teamer ziehen oder was Ja Oh, lila Okay, lad mich rein Ich bin mitten in der Match alter Achso, wie steht's denn? 1-0 Als ob du das jetzt angefangen hast Okay Ey, Bakander Ja Kann man einen äh Menschen vertrauen den man seit 3 seit 3 Monaten kennt? Nein Nein? Ich meine mit vertrauen jetzt so irgendwas erzählen Nein 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 Nein, warum denn? Was ist deine Meinung? Meine Meinung ist, dass es niemandem vertrauen außer dir selbst Selbst wenn das dein Schulkamerad ist Ja Okay Nicht immer denjenigen, den ich schon vielleicht Keine Ahnung Dann Wutscheln Von mir Der Standort der Bombe in der Fahrer Entsprechend planen Einfach so Erzähl mir Nein 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 Boah seid mal leise Warum schreit ihr alle alter? Ich werde euch alle nicht stumm alter Kein Bock mehr auf euch Meine Güte ey Warte, die schreien einfach rein alter Dann kriege ich so einen Hals alter Die Wand ist befestigt Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Oh, du bist erster Dann kriege ich dich Malusi Kannst du ihn auf das Malusi Malusi Kannst du uns Nein Okay Okay Don't worry Don't worry Don't worry Okay She doesn't die in the end Trying They know your place Malusi Careful Ich laden nach! Bruder, wie hat der mich durch Rauch gesehen? Erzähl mir das mal bitte. Komm, verliert mal, Alter. Guck mal, die haben alle Blackheads auf ihren Waffen. Was ist mit euch los? Seid ihr Rich geworden oder was? Ja, genau in deine Fresse. Hast verdient. Another one. Another one? Okay. Kali, 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 Kali. Das dummste was war bei Kalilisien. Ja, auf B, auf B. Komm, 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 komm. Outside, outside. Outside, outside, inside. Third side, third side. Bro, man. Play safe, man. Play safe, man. Play safe, bro. Shut the fuck up. Halt deine Fresse, Alter. So ein Pisser, Alter. Redete die 24-7, Alter, und dann sagt ihr halt, Schau mal, verdarrt, Alter. Bringe ich... Das ist so behindert, Alter. Logik des Jahres. guck guck mal du hast 4 0 0 du hast 4 0 0 wenn du jetzt stirbst ich schwöre ich werde dich die nächste runde töten ich schaue auf dem hat der seinen spot verraten alter idios das geht Ihr seid einfach nicht! Weil ich langweilig habe. Einfach so. Einfach so. Ich kann schon... Ich will schon, Mann. Beziehungsweise, ich will ja auch sterben. Weißt du, was ich meine? Ich will einfach sterben. Ich bin ein Spanier. Alla. Ich brauche jetzt ca. 400 Punkte, damit ich wieder Dings bin. Ich brauche ein... Wir können jetzt schon vergessen, dass wir einfach so Gold Liga 2 werden oder 3. Wir können mindestens Silber 5, 4, 3 werden. Ganz ehrlich, mit unserem Team-Mate, Alter, zu zweit kannst du es nicht hinkriegen. Das ist nicht so einfach. Wir waren doch, mein Gott. Wir waren fast 3 und 3. Ja, das war was anderes. Ich brauche nur noch 13 Punkte, Mann. Ich brauche auch so 10, 20 Punkte. Was denkst du denn? Das ist so behindert, ne? Das war so, Traurig. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Ich möchte jedes Mal daran denken, ne? AVS ist rein, auf rein. Nö, das wird zum Bein. Jawallah, jawallah. Weißt du, guck mal jetzt, guck mal im Stream jetzt, was ich jetzt mache. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber ich habe das schon mal gesehen. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Ja, mach. Bismillah. Ich will das, ich will kacken, weißt du. Wie lange muss ich warten? Warte mal, drei? Jetzt. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Du bist aufgeflogen. Tu! Keine Gegner! Ah! Ah! Verkackt! Geht, geht! Komm rein, komm rein, bitte, 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 bitte. Komm rein, bitte. Tu! Der kommt nicht rein extra. Der ist genau da in der Ecke, ne? Ja, dann wirf doch deinen Dings, Alter, deine Granate. Dann. Jungen, wirf jetzt den C4. Windows und dann. War das super hingekriegt, ja? Oh, du bist so schlecht, ne? Halt mal eine Fresse, Alter, warte mal. One's in. Du hast sowieso verliert, verliert. Oh, du hast sowieso verliert. Du sollst verlieren. We've got Hatch. Nein. Why are you, Echo? They have Hatch. Halt doch mal die Fresse, Alter. Yeah, yeah, I have three. If I'm going, I'm dead. Fermat's down, Redsters. Fermat's down, Fermat's down, Fermat's down. They come broken the Hatch. I'm going to ping them for you. Fermat's down, Fermat's down, Fermat's down. Yeah, no. Hook, rechts. Yeah, rechts. Line down on the floor. Book, on the floor. Ich verstehe gar nicht, was die da reden, Alter. Ich meine, Englisch ist nicht perfekt, Alter. Once was you around. Egal, wie oft der reden soll. Echt, ihr müsst verlieren. Ich muss verlieren. Ah! 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 Der ist hier irgendwo. White hallway, Valk. We're there. Valk, I'm ping. Egal, scheiß drauf. We're downstairs, what? Fermat's there. White terrain. Nein. Du hast ja von oben geguckt, ne? Da war ein Ding. Nein, ich verbleib. Sorry. Ich stumm jetzt alle einfach, ne? Wallah, die fuckten mich ab, Alter. I'm still inside, guys. Komm. Ich verstehe sowieso nicht, was die da reden, ne? Boah, komm. Sei mal leise, Alter. Meine Fresse. Bei Gott, die sollen mal leise sein, Alter. Ich schwör's dir. Boah, die regen mich langsam auf, Alter. Sanki, ich bin in England geboren, Alter. Das dümmste Aufsatz auf jeden Fall. Schalldämpfer. Ohne Visier. Das wird lustig. Das wird lustig. Aber ich hab noch nie ohne Visier ein Dings Waffe gespielt. Noch nie. Warum? Und Leute, komm, komm, ich mach mal Leuchtpunkt. Leuchtpunkt spiele ich sowieso nicht. Ich hasse dieses Visier. Komm. Aus Spaß einfach so, weil ich sowieso rein pushen werde. So einfach rein Idioter. Ah, jetzt bin ich wieder der Letzte. Toll. Guck mal, in den letzten... Boah, jünger. Der Erste macht nur alles. Verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Bleib mir jetzt nicht, dass die Küche sind, ne? Nein, sie will ich. So war... Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Das spiel. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Fünf Sekunden. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entscharft sie. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Ich gehe mal auf die Toilette. Ich werde sowieso verlieren, von daher... ... ... ... ... ... ... ... Was ist das? 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 Kribbeln. Kribbeln. Also. Woher soll ich das? Jetzt ist das. Was ist das? Ich habe irgendwie so eine Art Kribbel in meinem Bauch. Ich sollte irgendwann... Ah, Mann, ich weiß es nicht. Hoffentlich kommt jetzt irgendwann in mein Leben lang. Nein, der findet immer noch nicht, Alter. Aber ich überlege gerade, was war das? War das so, was ich machen wollte? Kennst du das? Du weißt nichts. Aber du hast so ein Gefühl. Ach, du mein Geld mehr, Allah. Ich höre es dir. Ich habe keine Geld mehr. Du hast nicht gleich aus, Junge. Match, Mann, Mann, Abi. Wallah. Beinert. Richtig dumm. Ich bin nicht möglich. Seitdem du immer drin bist, passiert irgendwas. Hey, ich habe den Ball. Ich habe mir den geholfen, der Katastrophe. Richtig scheißoperator. Aber egal, hat sich gefunden. Wie läuft es zur Schule bei dir? Wie ist eigentlich deine Klasse? Hast du nur Jungs? Ja. Ja. Wallah? Warte mal. Was für ein... Äh... Gibt es unterschiedliche Abituren, so? Fachbereich, so? Ich mache dings, äh... Fach... Warte, warte. Okay. Ich mache Fachabit mit Qualifikation für eine Ausbildung. Okay. Aus... Was? Also, du hast nur Jungs, also? Hm. Das tut weh. Nicht mal ein Mädchen? Ah, ja, ja. Nein. Nein. Meine ist ein voller Fachhochschul... Äh, bleh. Also, wenn ich fertig bin, dann habe ich eine volle Fachhochschulreife mit einem schulischen Ausbildung im Bereich Kaufmännisches Assistenten Informationsverarbeitung. Okay. Nach Fachabit willst du Abitur Ausbildung machen, oder was? Ja. Ja. Eieiei. Ja. Warum nicht? Ah. Auf welcher Schule machst du nochmal Fachabitur? Gymnasium? KBM. Ja, Junge. Bin doch... Ah. Ich habe vergessen, wir wollten. Ich kriege. Nee, ich... Ja, hallo, ich gehe... Ey, VAL, hallo, cool. Ja, wow, KBM, VAL sind zusammen. Ja, aber die... Krass. Aber welche Schule gingst du früher? Hattest du doch kein Verhandlung? Ja, Lisa Meitner. Iiii. Lisa Meitner, noch ganz richtige Außenseite. Ey, Mensch, wo noch mal da? Wo warst du denn? Ja. Ich war früher Hochschule. Ich bin ehrlich. Beste Schule, ich kennek, Alter. Aber ich würde die Hauptschule meiner Meinung nach... Boah. Ey, ich habe das mit Heineschein oder Gymnasium verglichen. Ich würde lieber immer zur Hauptschule gehen, weil ganz ehrlich, die Leute... Das war so eine Art, so eine kleine Schule. Am Anfang war das so, dass sehr viele Klassen... Ein Jahr später waren die alle weg, das waren so Erwachsene. Dann waren das nur noch sechs Klassen übrig, oder acht mindestens, acht denke ich, acht. War das immer niedriger und ich fand das viel, viel besser. Anstatt auf so eine große Schule zu gehen, wo viele Schüler sind. Da fühle ich mich aber scheiße, Alter. Bei der Hochschule konntest du alles machen. Weißt du warum? Weil wir zu wenige waren. Wir haben in Basketball gespielt. Wir gehen zu FAL. Da ist nichts. Nicht mein Korb. Allah, was ist das? Iiii, das ist behindert. Ich verlasse... Warte mal. Ja, ich dachte, ich meine... Ich dachte, ich meine... Ja, die Jäkten. Und bei FAL, Alter, ich finde das ein bisschen behindert, ganz ehrlich. Also, FAL hochmodern, du guckst Kopierer 1980, Alter. Ja, weil du das auch so, ja? Aber manchmal finde ich das ein bisschen blöd, Alter. Jo, 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 jo. Die Türen gehen von sich selbst auf, aber Kopierer katastrophal, Alter. Du musst so viele Knopfe drücken, Alter. Ja, weißt du, wie viel diese Gebäude kostet? Locker viel, Alter, sehr viel. Aber das... 36 Millionen. Insgesamt, wir sind 2.000 Schüler und ihr seid 1.700 Schüler. Ja, sowas in der Art, insgesamt 4.000 fast, 3.700. Das ist schon viel, aber auf meiner Hauptschule waren nur 100 Schüler, Alter. Was? Wallahi, mein Idiom, bei Gott, das waren max 100 Spieler in der 8. oder 9. Klasse. Ja, 100 Spieler. Ah, 100 Spieler, mein Kopf war bei Dings, Türkei gegen Deutschland. 100 Schüler. 100 Schüler, weißt du, wie wenig das ist? Am Anfang waren es 200, 250, aber einer Spieler direkt alle weg. Alle weg. Das waren auch alle Keleks, weißt du? Das waren alle Keleks, ich schwör's dir. Du musst es sehen, da kam eine Bulgaren zu einem Albaner, so ein Junge, da kommt, die haben so richtige Eierweise, okay, das sind Mädels, aber die haben richtige so Ehreweise, die kommen zu den Albaner, fragen, nehmen so, wir sind so 20 Jungs, weißt du, weißt du, da kommen zwei Bulgaren. Da fragen die so, ja, hast du ne Freundin, gib mal deine Handynummer, Alter. Digga, das ist krass. Bei Heinescheine oder Gymnasium gehst du da hin, niemand fragt, weil die, die, weil, die haben keine Eier. Die haben Angst, halt, denn nicht mal Jungs können nicht mal fragen, wenn du siehst. Bei Gott, bei Hochschule, Ja, Junge, das war noch Bulgaren, Alter. Ja, Bulgaren ist ja was anderes, aber kam, da kam noch Türgül und so, weißt du. Egal, einmal machen und dann weitergehen. Der Junge, warum such, warum finden wir kein Match? Eine Minute und 30 Sekunden. Was hast du gemacht? Weißt du, warum wir kein Match finden, äh, finden, weil wir das Spiel durchgespielt haben? Ja, brech mal ab. Ähm. Früher, als ich, äh, früher wollte mein Vater und meine Eltern, äh, früher mein Vater und meine Eltern, ja, super. Früher wollte mein Vater und meine Mutter immer unbedingt, dass ich zu Heinescheine gehe. Aber ich weiß, ich wusste nicht warum, weil, alle meine Cousins da waren. Das hat mir nichts gebracht, ob, wir haben da so oft versucht, anzumelden, ne? Die haben mich einfach nicht angenommen, der Pisser. Ich hör's dir. Ich hasse diese Schule, seitdem ich, seitdem du nicht mal, seitdem du nicht angenommen wurdest. Bei Gott, ich hasse diese Schule, ich boah alles. Gymnasium war ich noch nie, aber, heiligscheine, meiner Meinung nach, ey, da sind jetzt nicht viele Schüler, aber, seitdem ich, als er, ich bin einmal dahin, ich bin einmal, einmal, bin ich da reingegangen, weißt du so, dann, haben die mich alle plötzlich angeguckt. Das ist so wie ein, das ist keine Schule, das ist so eine Art Familienschule. Die kennen sich jeder gegenseitig. Ich spür's dir. Die kennen sich. Die gucken mich alle, so komisch so an. Ja, Junge, du warst, was, was hat der Mann, was erwartest? Da hat der Junge mich, da war da so ein Junge, nein, das war ein Mädchen, glaube ich. Er hat mich so ernsthaft, so richtig, sehr lange angeguckt. Du kennst doch dieses Gefühl, wenn ein Mensch dich Millisekunde länger anguckt. Ja, komm, klub aus, komm, klub aus, warte, klub aus, klub aus, klub aus, klub aus. Du kennst, du kennst doch dieses Gefühl, wenn ein Mensch dich ein Millisekunde länger anguckt, da fühlst du dich so, irgendwie so komisch. Weißt du, was ich meine? Da habe ich, da war ich, da war ich richtig, boah, da war ich so, da habe ich gesagt, hey, guck nicht so komisch, ich bin Hauptschüler, keine Sorge. Ja, ich bin ernst, ich lüge nicht. Ich hasse die Schule, aber ich hasse nicht die Schüler. Ich hasse den Dreck davon, der war so glatzkäufig, aber der ist, glaube ich, weg. So ein Pizze, also Schule, Alter. Alle Kalex, obwohl wir alle, obwohl, obwohl du jeden kennst, weißt du, fast alle meine Bekannten und bestimmt deine Bekannten gehen auch dahin. Locker. Oder Gymnasium, die wir kennen, Alter. Du guckst, Gymnasiumschüler, weißt du, 90% alle dumm. Dumm wie Stroh. Ballgott? Wo? Gymnasium oder eine Scheine, Alter. Ja, das stimmt doch. Die sind alle dumm. Ich frag so einen so. Ich kenn euch keinen, der schlau ist. Ja, siehst du vielleicht einmal, paar Mal so, zwei und drei, weil es nächstes Jahr vier, fünf, was das, Alter. Ja, da, nein, gucken wir da so und eine Scheine, sind mal die Leute, die erstmal in Grundschule gute Noten haben, auf einmal gehen sie dahin und dann auch nur noch vier und fünf. Die sind dumm, ganz ehrlich, nix gegen die, aber. Und dann, dann sagen die, ja, guck mal, du bist auch, du Opfer und sowas. Digga, guck dich mal selber an. Weil du nur auf eine Schule gehst, wo fast alle Schüler dahin gehen, bedeutet nicht, dass du cool bist. Weißt du, das Problem ist, wenn die fünf oder vier haben, dann meint sie, ja, Digga, unsere Schule ist auch viel schwer. Das stimmt gar nicht, Digga. Ich bin ehrlich, guck mal. Ein Mensch, passt sich darauf an, auf die Schule an. Auch wenn ich zum Beispiel Dings wäre, gucken wir mal, und dann hält sich dann genau die gleiche Noten wie auch in diesem Meister. Ich bin ehrlich, guck mal, ich hab fast jedes Jahr, also von fünfter Klasse bis zehnt Klasse, hab ich insgesamt, glaub mir, ich hab jedes Jahr mindestens über fünfmal Fünfen geschrieben. In mindestens. Es hat mit der fünften Klasse angefangen, Fünfen zu schreiben. Arbeiten, ne, nicht Test. Arbeit, Test war easy, eins, zwei, weißte. Sechste Klasse, Fünfen, siebte Klasse, Fünfen, da hat es angefangen mit sechs zu schreiben. Normalerweise schreibe ich nie sechs, aber da hatte ich keinen Bock mehr auf Schule. Ich wollte direkt arbeiten. In der achten Klasse, neunte Klasse, zehnte Klasse hab ich immer Sechsen geschrieben. Sechs, Fünfen. Vielleicht ab und zu mal drei, aber in meinem Leben hab ich noch nie arbeiten drei geschrieben. Also von daher, einmal deutschen Arbeiten zwei Minus, da hab ich ein bisschen, ähm, ernsthaft so ein bisschen reingehauen, aber, das Ding ist so, ähm, äh, Fünfen, wenn man schon am Standard. Ich hab's ja, ich hab zum Beispiel jetzt die letzten zwei Arbeiten für mich geschrieben, weil ich immer dachte, ja, komm bitte. Boah. Wir sagen, weißt du, warum, ich hab keinen Bock hat auf Schule. Ich hab immer nur darauf gewartet, dass jetzt meine Schuldirektorin sagt, ja, ey, du musst eine Schule schließen wegen Corona. Warte mal. No joke, Alter. Du hast doch zwei Geschwister, oder nicht? Ihr müsst eure Drohne verwenden, um meine Drohne auch zu spüren. Du bist Zwilling, oder? Ah, ja. Junge, Mann, wir kennen uns schon seit 10 Jahren. Nein, nein, nein. Wir kennen uns schon seit 12 Jahren und du weißt immer noch gar nichts. Doch, doch, ich weiß, ich weiß, ich hab deine Zwiegenschwester einmal gesehen, nur einmal, aber... dein IQ ist wirklich einfach fucking 0,6. Ah, nein. Du hast eine große Schwester, äh, arbeitet deine große Schwester? Nein, die studiert. Studiert was? Maschinenbauingenieur. Weee. Was läuft mit euch, Alter? Ey, was läuft mit euch, Alter? Alle studieren Maschinenbau und dann... Warte, nein, alle, alle Zwiegenschwester und dann die Maschinenbau und dann die Maschinenbau, weil ich schenke ihn ja vor, wenn du bist du eingenommen. Was macht deine Zwiegenschwester? Studiert die... Ah, was soll ich studieren? Abitur? Rück zur Bombe vor und entfass sie. Nein, mach sie. Zwiegenschwester, Alter. Oh, best... Guck mal. Nimm ein Beispiel von deine Schwester, Alter. Pfü. Hä? Wir machen jetzt hier, oder so. Gucka. Wer ist da? Ja, jetzt hier ist so schön, aber... ganz ehrlich... Bäh. Manchmal... Da hast du dein Geld zu rum. Ja. Ich weiß nicht mehr. Du bist besser, Alter. Du bist besser. mein bruder studiert weil meine schwester ausbaut nämlich beispiel von denen nein warum sollte ich beispiel von denen nehmen oder vorweg immer weg alter kein vorbild von den alter obwohl die meine geschützten aber wer redet da deine mutter lud ich dachte ich hätte einen großen kalibus na ja trotzdem meine schwester verheiratet und weg natürlich ist meine schwester natürlich ich vermisse ihn aber leben ich halte joe wench ich dachte du bist der termite alter ja karmal du kennst von wo wohl Lufthee platziert! Wieso komme ich nicht hoch? Ekodrohne! Wir haben Twitch aber keine Ekodrohne zerstören, ne? Ja, sagt der Richtige auf jeden Fall. Geh doch einfach planten, geh einfach planten! Genau, geh beim Fenster planten! Hallo, geh doch beim Fenster planten! Geh im Einsatz! Ja, genau! Ekodrohneken! 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 Ja, der wartet die ganze Zeit! Guck mal, der macht nochmal! Einer vom eigenen Trog verbleibt! Bombenentschafung eingeleitet! Sech, 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 sech! Sech, 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 sech! Guck mal, wie der jetzt spielt, der Idiot, ne? Guck mal, der wird von hinten getötet! Guck mal! Guck mal! Waaaaay! Easy clap, bro! Guck mal, guck mal! Guck mal! Big Brain! Nice! War gut! Halt dein Mord! Umfang mich hier nicht! Fuck der Mischa! Oh, man! Äh, ich hol mir... Ich hol mir was wir holen mir! Ähm... Ich spiele bisschen... Bug mit... Stetscher, please! Stetscher, Stetscher! Tetscher! Obwohl er gebannt wurde! Naja... Ähm... War weg, Junge! Ich war weg! Hey! Heute ist Wochenende! Bestimmt ist heute unser Geld nicht drauf, ne? Habe ich noch heute geguckt, Alter? Jungen, heute ist nicht... Heute... Äh, du kommst am 15. Nein, nein! Let... Letztens habe ich am 11. bekommen, deshalb! Mit deinem Arbeitgeber nicht! Der, mein... Unser Arbeitgeber... Arbeitgeber nicht! Unser Ausbilder ist richtig nett! Voll nett! Meiner Meinung nach! Guck mal! Der ist einer der nettsten von allen! Ja, 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 ja... Ah, kein Geld drauf! Ich rast's gleich aus! Egal! Ja, weil das heute Wochenende ist... Wir gehen mit kleinen Bomben da auch spüren! Montag oder? Locker! Du wirst am 15. man! Das Ding ist so... Ah! Der Tod einfallen! Das Ding ist so... Ähm... Erster Tag war es so irgendwie... Eher so... Erster Tag war es so eher so... Wie soll ich sagen... So richtig schussbar-mäßig? Hm... Bist du noch da? Yes! I'm here! Mein Bruder! Boah! Ich würd's dir! Ich sag dir mal eins! Warte mal, ich werde mal jetzt schon live streamen... Falls jemand mal da nicht was hört... Telefonate, du bist ein Chilt! Hab' dir's gemacht, Alter! 101 Minuten...